New England USA. Ja und da sind wir auch schon wieder. Fuller mountain descent. Wahrscheinlich einmal hoch oder runter oder wie auch immer und dann wieder zurück wahrscheinlich. Einmal so, einmal so. Geh ich mal stark von aus. So jetzt haben wir erstmal Reparatur rein. Motor auf jeden Fall Standard. Kühler. Okay. Machen wir schnell. Schnell. Machen wir auch Strafe. Das bringt alles nichts. Motor ist auf jeden Fall verdammt wichtig. Hier können wir noch schnell machen. Wir können aber Standard. Hartgeometrien. Okay. Gut. Machen wir das so. Vorbelastung niedrig. Gehen rein. Start. 30. 6 rechts über Kuppe. Lang. Mach zu. 4. In 5 links. In Cut. 5 rechts. 8 auf. Lang. Hab ich mir jetzt gedacht. Und dass er wenn er Kraft kriegt ein bisschen verzögert und dann sperrt. Mal sehen. Dann werden wir jetzt gleich sehen, wie das Handling ist. 5. 4. 3. 2. 1. Los. 30. 6 rechts. Über Kuppe. Lang. Mach zu. 4. In 5 links. In Cut. 5 rechts. Macht. Macht auf. Lang. 30. Macht auf. 30. 4 links. Und 5 links. Extra lang. Über Kuppe. Macht zu. Gabel. 3 links. Macht auf. Und 6 links. In 5 rechts. 30. 6 links. Lang. 30. 4 links. Macht auf. Macht auf. 30. 4 links. Lang. Macht auf. 50. 5 links. 30. 5 rechts. Lang. Macht zu. 4. 80. Mittig halten. Über Kuppe. Großer Sprung. Auf Kuppe. Lang. Ende 6 rechts. Extra lang. Macht zu. 6 rechts. Über Kuppe. Lang. 120. Mittig halten. Über Kuppe. Sprung. 50. 4 links. Über Kuppe. Extra lang. Macht zu. Über Kuppe. 6 rechts. 6 rechts. Über Kuppe. Lang. 120. Durch Tor. Eng. Und Abzweig. 1 rechts. Macht auf. Macht auf. Durch Tor. Eng. Und Abzweig. 1 links. Macht auf. 200. 4 rechts. Extra lang. Macht auf. 80. 3 links. 100. 4 links. 100. 6 rechts. 120. 4 links. Lang. Macht auf. 100. 3 links. 100. 6 rechts. 120. 4 links. Lang. Macht auf. 100. 1 links. 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 6 links, macht auf, 150, Achtung langsam, don't cut, 6 links lang, 30, Abzweig verdeckt, kehre rechts, 120, 6 rechts lang, mach zu, 5. In 4 links, über Kuppe Sprung, 100, über Kuppe, Ziel, in 4 links lang, 50, bis Stop. Das geblinkelte Scheinwürde geht in echt auf den Keks, vor allem wenn das Licht plötzlich weg ist, siehst du erst mal nichts. Ich weiß ja nicht, wie das in der Aufnahme ist, aber du bist dann erstmal voll blindflug, bis sich dieser Effekt, diesen, aber wie nennt man das, Blumen. Das imitiert ja deine Iris, quasi vom Auge, dieser Blumen-Effekt. Und, ja, wenn dann das Licht einfach ausgeht, dann bist du erstmal im Dunkeln und wenn das dann so blinkt, boah. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme rüberkommt, das kann ich nicht sagen. Das sehe ich ja erst, wenn es dann hochgeladen ist. Also, im tatsächlichen Ende, sehe ich genau das dann, was ihr dann auch seht. Aber, ja, ist schon ein bisschen, ne, machst ein bisschen flug und dann flackert das und das irritiert total. Aber, ja gut, wir haben es auch nicht repariert, deswegen kann das schon mal vorkommen. Ja, der Wiederholung ist jetzt nicht ganz so nervig, auch wenn du selber fährst. Ich sage, du machst dann erstmal voll den hier, boah, blindflug. Aber, geil. Kling, kling. Ja, gut. Ja, da habt ihr auch recht, weil, also die Frage jetzt war, ne, beziehungsweise Bemerkung, ähm, das Licht flackert ist immer gleich. Ja, ist immer gleich, ja. Ist mir auch direkt aufgefallen. Das hätte man vielleicht ändern können, dass es, je nachdem wie die Bodenbeschaffenheit ist, dass es mal ausgeht und dann gibt es wieder so ein Ditch und dann geht es wieder an. Das war natürlich geiler gewesen. Vielleicht patchen sie ja sowas nach Heim, ich weiß es nicht. Ja, dann gehen wir zur nächsten, nächste Etappe. Wer weiß, vielleicht machen sie das ja. Wenn man so ditcht irgendwo, ne, also durch Sprünge oder so und dann geht es auf einmal aus, auf einmal hast du kein Licht mehr, weil halt der Stecker ab ist oder so, ne, oder Wackelkontakt hat. Weil das war jetzt zufällig. Ja. Habt ihr ja auch so mitgekriegt, ne. Das war jetzt zufällig. Das Blinken. Ja, dass man das halt sagt, okay, äh, wenn das Auto einen Schlag kriegt, also nach einem Sprung sie aufkommt, dass es dann mal der Stecker ganz abfällt, dass das Licht auslöst, ne. Okay, ne, fahr mal. Ich wünsche mir viel Glück. 4, 3, 2, 1, los. 6 links, macht auf, über Kuppe. In 6 rechts lang, macht auf, Kuppe. In 6 links und 6 rechts lang. Macht auf, über Kuppe. 50, 4 links. In Don't Cut, 3 rechts lang, über Kuppe. Rechts halten, für 40, 3 links. In 2 rechts, sehr lang, bei Kreuzung, macht auf. 30, 3 rechts. 30, Cut, 4 links, über Kuppe. Mittig halten, für 150, Achtung, 4 links, über Kuppe eng. 30, Mittig halten, über Kuppe, 50, 5 links. Und 6 rechts, 30, 6 rechts, macht auf. Mittig halten, über Kuppe. In rechts halten, in 4 links, 150. 4 rechts, in 6 links, 30, Abzweig, 1 rechts, verdeckt. Macht auf, 100, Abzweig, verdeckt. 2 links, die Motor leuchtet an, pass auf. Macht auf, 60, Abzweig, 1 links, macht auf. 3 links, sofort Abzweig, 2 rechts, 80, 1 rechts, Abzweig lang, über Kreuzung, 2 mal. Macht auf, in 6 links, macht auf, in 6 links lang, macht zu, Abzweig, kehre links. Macht auf, voll, über Kuppe lang, 30, 6 links und Gabel, 4 rechts, 40, 6 rechts, über Kuppe, langsam, 50, Abzweig, kehre links. Sehr eng, sehr eng. 30, 4 rechts lang, macht auf, 90. 4 links lang, macht zu, 200. Voll links, über Kuppe, nach Kreuzung, 200. Langsam, Abzweig, 1 rechts, verdeckt. In 5 links lang, macht auf, und Kuppe, in 6 links, 50. Sprung, 4 rechts lang, 80. Kuppe, in 6 links lang, macht zu, 4. Mit die kalten Übersprung, 80, Gabel, 3 rechts, 100. Gabel, 4 links, verdeckt, eng, über Kuppe, Sprung, macht auf, lang. 6 links, Übersprung, 2 mal, in Kat, 5 rechts. Links halten, über Kuppe, und mittig halten, über Kuppe, 50, über Ziel, Cut, 6 links lang, bis Stopp. Ja, da kann man auf jeden Fall, das Wasser, man hört, das tritt immer noch aus, das zischt so vor sich hin, das wird wahrscheinlich kühler geplatzt sein. Wie hat sich das Auto in dieser BMW angefühlt, möchtest du beim nächsten Serviceänderung am Setup vornehmen? Da so seine, ja, Eigenheiten, da sind die nicht so, vielleicht haben sie es ja auch reingebaut, ich hatte das aber auch mal ein BMW, kein E30 M3, aber ein E36, E38, nein, E38, also das war so im 525 Touring, so hieß er, oder E38 drin. Ja, jedenfalls, BMW hat so seine Eigenheiten, die kannst du schon hochdrehen, aber die haben dann schnell so ein bisschen so das Problem mit dem Wasser. Ja, ja, außer im Winter, das ist mager, aber das war kälter, BMW im Winterfahren, das ist einfach sensationell. So, schauen wir so ein bisschen hier in die Wiederholung rein, ich höre mal noch was zum Trinken, und dann geht es direkt weiter in die nächste Etappe. So, schauen wir mal. Untertitelung. BR 2018 Hier hört man auch schön, dass der Motor nicht mehr richtig sauber läuft. Wahrscheinlich wieder auf drei Töpfe oder so. Dass irgendein Zylinder abgeraucht ist, kann passieren. Überstrapaziert, überstrapaziert. Ja, dann gehen wir ins nächste. Freut mich schon drauf. New England, USA. Das wird eine schnelle Strecke. Aber es ist auf jeden Fall eine schnelle Strecke. Viele Geraden drin, zumindest hier oben. Gleich noch einen Start. Dann die S-Kurve und wieder schön lange durchziehen. So, reparieren. Kühler müssen wir auf jeden Fall... Oh, kann man nicht ersetzen. Dann machen wir Standardreparatur. Ohne Kühler. Dann geht der Motor auch gleich wieder kaputt. So... Pass mal auf, schnell, schnell. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Machen wir das so. Nichts, da können wir nochmal setzen. Okay. Dann machen wir jetzt noch die Radgemetrie mit. Dann haben wir es voll ausgenutzt. Und... Gehen direkt ins nächste. Ist das Tuning eigentlich? Bleibt das gleich? Ja. Okay. Gut. Start. Kann also jetzt sein, dass sie jetzt wieder anfangen mit Blinken. In 6 rechts. Über Kuppe. Extra lang. 30. Oh Gott. Viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50. 6 links. Über Kuppe. In 6 rechts. Über Kuppe. Extra lang. 30. 4 rechts. In 6 links. Über Kuppe. Extra lang. Macht zu 3. Über Kuppe. In Cut. 3 rechts lang. Macht auf. 6. Über Kuppe. 30. 6 links. Über Kuppe. Lang. Achtung. 30. Gabel. 4 rechts. Durch sehr enges Tor. Und Kuppe. In 6 rechts lang. Wasser. 30. 4 links. Über Kuppe. In Cut. 4 rechts lang. In Cut. 5 links. Langsam. 30. Gabel Cut. 4 links. In Kehre rechts. Um Ballen. 50. 6 links. 120. Über Brückeeng. 4 rechts. 6 links lang. Macht zu. Don't Cut. Gabel 3. 30. 4 rechts. Über Kuppe lang. In 4 links lang. Über Kuppe. 100. 100. 6 rechts. Extra lang. Macht zu. Über Kuppe. Extra extra lang. Macht zu. 3. 30. Cut. 4 links. Über Kuppe lang. In 5 rechts. Über Kuppe. Macht zu. 30. 5 rechts. Über Kuppe. Über Welle. Beischild. Cut. 4 links. In 5 rechts lang. 80. Gabel 3 rechts. Verdeckt lang. Macht auf. Über Kuppe. Und Kuppe. 50. In 5 rechts. Über Kuppe. Kuppe. 4 links lang. Macht zu. Don't Cut. Macht auf. Über Kuppe. In 6 links. Über Kuppe. 50. Kuppe. Und 5 links. In Achtung. 3 rechts. Macht zu. Über Kuppe. In langsam. 5 links lang. Über Kuppe. 30. Gabel 3 rechts. Verdeckt lang. Macht zu. Macht auf. Lang. Über Kuppe. In Achtung. Eng. 3 links. Über Kuppe. In 6 rechts. Und 3 links. Lang. In 4 rechts. Über Kuppe. Reifenschaden vorne rechts. Anhalten und reparieren. Oder weiterfahren. In langsam. 4 links lang. Macht zu. Abzweig. 2 links. Macht auf. Lang. Und 4 rechts. Macht auf. Über Kuppe. 30. 30. 5 links. Übersprung. 30. 6 rechts. Über Kuppe. 30. Lang. 4 links lang. Macht zu. Abzweig 2. 2. In Abzweig 1. Rechts. Umballen. 50. Über Kuppe. 6 links. In 5 rechts. Lang. Macht auf. Über Kuppe. 50. 4 rechts. Übersprünge. In Don't Cut. 4 links. Lang. Macht auf. Über Kuppe. 30. Abzweig. Spät. Kehre. Und voll. 6 rechts. Lang. 130. Mitig halten. Über Kuppe. In 6 rechts. Über Ziel. 100. Bis Stopp. Oh Gott. Trotzdem mal auf 7. Okay. Ist ja insgesamt nicht ganz so schlecht. Trotz Platten. Vielleicht läuft's halt noch nix an. Diese WP war schwierig. Aber es hat sich schnell angefühlt. Untertitel. Stieren. Zeige. Na es istاهua. Ja, wenn das mit den Platten nicht gewesen wäre, wir waren eigentlich die ganze Zeit so, was ich so mitgeregt habe, ziemlich gut unterwegs. Durch den Platten sind wir mal ein bisschen abgerutscht, aber ja, okay. Dann kommen die Stelle mit dem Wasser. Geil. Ja, und wir waren ja sowieso schon eingeschlagen. Der Motor ist nicht ganz rund. Aber Kühle ist wichtig, bevor uns das Motor ganz alles abbraucht. Ja, das macht Rally aus. Okay, gehen wir zur nächsten. 24, da machen wir noch eine. New England, USA. Wahrscheinlich jetzt genau anders. Und jetzt muss ich verarschen. Und jetzt muss ich verarschen. Wir fahren jetzt mit Platten. Wir fahren jetzt mit Platten. Das wird jetzt ein Scheiß, oder? 5, 4, 3, 2, 1, los. 30, 6 rechts, über Kuppel lang, macht zu, 4 in, 5 links, in, cut, 5 rechts, macht auf lang, 30, 4 links lang, macht auf. Und 5 links, extra lang, extra lang, über Kuppel, macht zu, Gabel, 3 links, macht auf. Und 6 links, in, 5 rechts, 30. 6 links, links, 30, 4 rechts, macht auf, 30, 4 links lang, macht auf, 50, 5 links, 30. 5 rechts, 5 rechts, lang, macht zu, 4. 80, mittig halten, über Kuppel, großer Sprung, auf, Kuppel lang, in, 6 rechts, extra lang. In, 6 links, macht auf, über Kuppel, sprung, 180. 6 rechts, über Kuppel, sprung, 120. Okay, da war was im Weg. Mit 172, gegen gefahren, möchte ich es, äh, zum Ende, vollfahren, ja. Können wir ja nur machen. Oh, guck mal, wir haben wieder das Rad dran. Also, ein Reifen. Ja, so hart kann Rallye sein. So hart. Oh. Oder Option Nummer 4. Gut, da haben wir natürlich, na gut. Jetzt kommt die hier, ich glaube, da hat sie es auch weggekriegt, oder? Munnaru. Sind wir die komplett durchgefahren? Ich weiß es nicht. So. Reparatur, auf jeden Fall mal ersetzen, 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 ersetzen. Ersetzen, ersetzen. Okay. Great, jetzt gibt es keine neuen. Okay. Ja, da hat sie uns ausgenockt. Munnaru. Da sind wir jetzt. Dann fangen wir die wenigsten noch an. Oh, jetzt wieder gut machen für den Totalschaden. Ich glaube, hier sind wir doch auch abgeschossen. Im Landsjahr, hm? War das nicht so? Ich glaube schon, ne? Start. 50, 6 links. 30 ab, 2 rechts. Viel Glück. Na gut, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6 links. 30, rechts ab, 2. In 3 links lang, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts lang, macht zu, 2. Macht auf, über Kuppe. 5, 4, 5, 4, 1, los. In 4 links, don't cut. In 3 rechts, mach zu. In 5 links lang, macht zu, 4. In 4 links, über Kuppe lang, macht zu, auf Asphalt. In 4 links, über Kuppe lang, macht zu, auf Asphalt. 80, Schotter, Schotter, voll mittig, übersprungen. 80, Gatter, und 3 rechts. In 3 links lang, macht zu. 30, Kuppe und Sprung, durch Tor, eng. In 4 rechts lang, macht auf. 80, voll mittig, über Kuppe, sehr lang. 50, 6 rechts, 80. 60, 6 rechts, über Kuppe lang, macht zu. In 5 links lang, macht zu, über Kuppe. In 5 rechts, über Kuppe. In 6 links, lang. In 8, 5 rechts, über Kuppe. In Don't Cut, 2 links, macht zu, eng. In 6 rechts, in 2 links, macht zu. In 3 rechts, eng, lang. 30, 5 links. 30, voll mittig, übersprungen. 30, 4 rechts lang, macht auf. In 6 links, macht auf, über Kuppe. Achtung, 30, 1 links, macht zu. Don't Cut. In 6 rechts, über Kuppe. In 3 links, in 5 rechts, über Kuppe. Macht zu, 3. In 5 links, 30. Kuppe, in 4 links, lang. In 4 rechts, lang, macht auf. Überkreuzung, gerade. In 4 links, macht zu, über Kuppe. In 5 rechts, 6 links, 30. Links halten, übersprungen. In 6 rechts, 30. In mittig halten, über Kuppe. In 3 rechts, macht zu, über Kuppe. In 5 links, in 5 links, in 5 rechts, mittig, über Kuppe. 40, 3 links, über Kuppe. Extra lang, 50. In 5 rechts, über Kuppe. In mittig halten, übersprungen, 30. Langsam, 6 rechts, über Kuppe. In 1 links, in 2 rechts, lang. Macht zu, rechts abzweig, über Kuppe. In links, 1, macht zu. 60, über Kuppe, in 6 rechts, über Kuppe. 30, bis Stop. Ja, lief doch besser wie gedacht. Nicht schlecht. Du warst gerade schneller in dieser Wertungsprüfung. Plus, und ich weiß nicht warum. Sensationell. Aber es kann sich ja alles noch ändern. Wir kennen es ja, ne. Ja, dann sage ich schon mal, ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit dem schönen M3. Der Sound einfach sensationell. Ohne Witz. Da kann ich mich, ich gucke ja auch sowas gerne auch mal auf, ja, YouTube an. Also so Rallye, FIA, Rallye, Meisterschaften, ähm, und vor allem die Crashs, die gucke ich mir auch gerne an. Ja, wie gesagt, ciao, ciao. Und genießt noch ein bisschen die Wiederholung. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.